Herzlich Willkommen zu einem neuen Video. Heute trade ich mit Binary Cent. 60 Sekunden, mein Start Trade beträgt hier 200 Euro. Ich gehe 2 bis 5 mal mit dem gleichen Betrag rein. Hier steige ich ein. Ich bin jetzt insgesamt 5 mal mit dem gleichen Betrag drin. Aktuell sind alle 5 Trades im Gewinn. Wer sich für die Strategie interessiert und diese erlernen möchte, kann sich noch bis 31.12. bei mir melden und bis zu 829 Euro sparen. Nächstes Jahr ist es dann nicht mehr möglich. Perfekt, alle Trades deutlich im Gewinn. Bis zum nächsten Mal. Adios.